Es sieht super aus aktuell. Die Märkte, sie sind auf dem Aufwärtsmarsch und das sehr, sehr überzeugend. Sie lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen, scheinbar. Also gute Nachrichten von der Front. Nachrichten, das ist tatsächlich ein Thema. Wir hatten heute schon ein bisschen Nachrichten. Es ist der erste Freitag im Monat und dementsprechend klassischerweise 14.30 Uhr. Heute, wegen der noch nicht umgestellten Uhrzeit in Amerika um 13.30 Uhr, gab es dann die entsprechenden Zahlen zu den US-Arbeitsmarktdaten. Ich habe sie hier mal eingeblendet. Sie sind wahrscheinlich zu klein. Ich kriege sie hier nicht viel größer hin. Schaut euch das entsprechend an, wenn ihr da Interesse habt. Wir bleiben jetzt bei der charttechnischen Betrachtung. Ich weiß, es wird von vielen kritisch gesehen. Viele sagen, ja, aber es sind doch die Daten, die den Markt bewegen. Deswegen, das würde ich so nicht stehen lassen, denn was den Markt bewegt, sind Käufer und Verkäufer im Markt. Die reagieren natürlich auf Daten, aber wo kriege ich genauer die Meinung der Marktteilnehmer als eben am Markt selber, sprich im Chartverlauf. So und dementsprechend, wir hatten das gestern schon mal angedeutet. Gestern war der Kurs, als wir uns zusammengesetzt hatten, irgendwo in dieser blauen Kiste. Also ich kriege das gar nicht jetzt mal hier auf Tagesbasis so hin. Er war gestern irgendwo hier und haben wir noch gesagt, also wenn die Marktteilnehmer jetzt wirklich ein bisschen Schiss bekommen und wenn sie sagen, jetzt sind wir in der nächsten Widerstandsmarke, jetzt drehen wir um. Das wäre kein starkes Zeichen. Wir hatten hier ein durchaus deutliches Widerstandssignal. Ihr seht das hier noch die Linien, das heißt die gleichen Rücksetzer, die wir hier hatten. Das waren die grünen, dann die 38er Fibomarken. Das ist jetzt nicht, dass diese Marke, da geht nichts durch, aber das ist eine starke Marke. Und wenn der Markt dort nicht dreht, dann ist das ein ganz, ganz deutliches Zeichen. In dem Fall eben ganz klar für den Bullenmarkt. Denn die Marktteilnehmer hätten den Strohhalm gehabt, also nehmt doch Gewinne mit. Hier würde es sich anbieten, aber die Marktteilnehmer haben gesagt, ich würde den Teufel tun, hier meine Position glatt zu stellen. Da geht noch mehr. Im Gegenteil, selbst hier haben noch Marktteilnehmer neu gekauft. Also, wir hatten es gestern angedeutet, in dieser Zone, die für einen Widerstand steht, hätte der Markt irgendwie was an Schwäche zeigen müssen. Das hat er aber eigentlich nicht gemacht. Wir hatten hier, wo war das? Das war in etwa, ganz grob gesagt, bei 33.700. Wenn ich hier mal mit meiner Maus da irgendwo hingehe, 33.700. Ich lasse es mal extra so klein. Ich mache es gleich nochmal groß. Das war ungefähr hier. Da, wo jetzt mit Fadenkreuz in etwa ist. 33.400. Äh, 700. Entschuldigung. 33.700. Das war oben diese Zone, die ging um diesen Bereich. War da irgendwas an Schwäche? Ja gut, da hat er mal ein paar Minuten Pause gemacht im 5-Minuten-Chart. Aber man sieht nicht, dass irgendein Druck, irgendeine Dynamik hier nach unten entstanden ist. Gar nicht. Null. Naja, dann muss man ja nicht wirklich auf die Short-Seite setzen. Im Gegenteil, die Aufwärtsbewegung ist immer noch die starke und auch das, was wir hier aktuell sehen, sieht sehr korrektiv aus. Das heißt, nach wie vor gibt es noch keine echten Anzeichen dafür, dass die Marktteilnehmer trotz dieser großen Pause jetzt in Panik, in Druck rausgehen. Das heißt, selbst wenn es nachher oder dann Montag irgendwann mal ein bisschen runter geht, ja, das kann ja sein, aber sieht alles noch ohne Panik erstmal aus. Trotzdem rechne ich damit, dass bald dieser Rücksetzer, ihr seht, ich habe das hier mal angedeutet, dass wir das hier irgendwo erwarten. Der kommt. Also der ist ganz sicher, dass ein Rücksetzer kommt. Also das ist völlig unstrittig. Die Frage ist nur, wann. Aber noch sind alle Rücksetzer auch im Kleinen. Ihr seht hier im 4-Stunden-Chart ist 0 Rücksetzer. Früher oder später kommt der und der orientiert sich in der Größe eben sehr gerne an diesem Anstieg. Das heißt, wenn ich hier einen starken Anstieg hatte, dann ist der Rücksetzer gerne so ungefähr in den halben Bereich rein. Das ist sehr Pi mal Daumen. Ich mache sehr gerne eigentlich in so einer Stelle Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt und dann in die Kiste. Vorsichtig, die Aussage lautet nicht, dass das der höchste Punkt ist und ab jetzt wackelt das runter. Aber früher oder später wird das passieren. Ob das hier passiert oder der Kurs erst noch höher steigt, damit müssen wir, dürfen wir, können wir rechnen. Und das ist in dem Fall gar kein Nachteil. Im Gegenteil, der bietet nämlich, wenn es korrektiv runter geht, neuen Käufern oder die, die schon gekauft haben, noch zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten. Du, da kaufe ich nochmal nach, da gibt es nochmal was günstig. Wer weiß, so günstig kriege ich es lange vielleicht nicht mehr. Also ihr seht, es gibt im Moment ein ganz klares Votum für die Aufwärtsseite. Die Marktteilnehmer lassen sich nicht durch Widerstandsmarken, also irgendwelche technischen Situationen, ins Boxhorn jagen. Trotz alledem müssen wir damit rechnen. Hier haben wir jetzt die nächste Marke. Da ist die 50er Marke Fibonacci. Da ist hier vielleicht auch nochmal so eine Widerstandsmarke hier aus der alten Unterstützung beispielsweise. Also es gibt hier schon die eine oder andere Marke, die ungefähr in diesem Bereich hier für einen Widerstand sorgt. Jetzt können wir hier gucken, ob die Marktteilnehmer jetzt sagen, ah, guck mal, Pause, Pause, sowas. Oder ob sie auch hier durchgehen. Im Moment muss man sagen, ist die Abwärtsseite drucklos. Also insofern gilt eigentlich noch die Aufwärtsseite. Wer hier irgendwo long gegangen ist, jetzt immer noch long ist, ich würde jetzt nicht aggressiv rausnehmen, Gewinne mitnehmen. Es sieht aktuell nicht danach aus. Vielleicht den Stop irgendwie hinterherziehen mit etwas weniger oder engeren Stops. Vielleicht hier auf das Tief, was wir hier als letztes zwischendurch hatten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Man kann auch versuchen mit irgendwelchen Indikatoren wie Supertrend, Parabolik einfach hinterherzuziehen. Fünf Minuten ist da zu eng. Da wäre man hier auch schon rausgeflogen. Vier Stunden ist vielleicht eine Stufe zu weit. Wer mag, kann natürlich mal überlegen, komm, mache ich vielleicht im Stundenrhythmus hier. Dann bin ich einigermaßen eng dran. Also Supertrend wäre noch drin. Parabolik hätte dann hier schon mitgenommen. Oder aber man hätte die neuen roten Punkte. Also wenn ihr jetzt sagt, naja, jetzt habe ich abgewartet, jetzt brauche ich was Neues. Dann vielleicht ab jetzt, also nicht da rückwirkend, sondern ab jetzt den Stop auf diese roten oder grünen Punkte, je nachdem, hinterherziehen. Das ist nicht, dass das optimal ist. Also bitte jetzt nicht dann denken, oh, da hat er aber jetzt hier die Punkte und das klappt ja dann immer super. Nee, das klappt überhaupt nicht immer super. Aber das klappt im Durchschnitt nicht so schlecht. Bitte, bitte, das müsst ihr verstehen, wenn ihr an den Märkten unterwegs seid. Versucht nicht etwas optimal hinzubekommen. Es wird nicht gelingen. Es macht euch nur unglücklich und kostet eine Menge Zeit, Mühen und Herzblut nachher. Versucht es aber so zu gestalten, dass es typischerweise nicht so schlecht ist. Und dann werdet ihr feststellen, oh, für einen Gewinn reicht es ja. Also das ist mir ganz wichtig, weil häufig werde ich, ich nenne die Rüdiger ganz konkret, welchen soll ich nehmen, den roten oder den grünen? Das weiß ich nicht. Es ist aber im Durchschnitt auf lange Sicht einigermaßen egal. Mal wird der grüne, mal der rote besser sein, mal wird vielleicht noch eine andere Methode sinnvoller sein. Es ist also nicht gesagt, dass eine dieser Methoden immer die beste ist. Ja, wäre einfach. Dann würde man sagen, ja komm, die Bücher können wir 80 Prozent der Seiten rausreißen. Wir verkünden nur noch die einzig wahre Methode, mit der man Geld verdienen kann an der Börse. So funktioniert es ja nicht. Aber egal für welche ihr euch hier entscheidet, mit den kleinen Vor- und Nachteilen, die rote zieht irgendwie enger dran, wird aber auch häufiger mal ausgestoppt. Die grüne lässt ein bisschen mehr Luft zum Atmen, aber hat dafür ein bisschen mehr Platz, die man wieder verliert auf der Gewinnseite. Aber diese Methoden sind relativ einfach, sind auch emotional leicht zu handeln. Man muss ja nicht mehr mitdenken, einfach nur sagen, wo liegt der rote Punkt? Da setze ich den Stop hin und ich habe dann einigermaßen meinen Stopp dann im Griff. Ihr könnt natürlich auch sagen, nee, nee, Rüdiger, ich denke noch im ganz großen Stil und ich ziehe jetzt hier auf Tagesebene hinterher. Aber da seht ihr überhaupt noch keine Punkte unten. Naja, also zumindest mal unter dem Team. Das halte ich für zu weit. Naja, gut, aber darüber müssen wir heute im Index-Update am Nachmittag ja nicht unbedingt reden. Das ist ja dann eine ganz andere Baustelle, wenn man sich das so anguckt unter dem Aspekt. Nichtsdestotrotz rechnet damit, dass früher oder später das passiert und überlegt euch, ob ihr sagt, das setze ich aus, denn wir haben ja den Impuls nach oben. Wenn die Korrektur kommt, die möchte ich gerne überleben, dann sollte der Stopp in der Nähe der Unterseite sein, unter diesen Tiefen oder an der 78er. Oder dass ihr sagt, das wäre aber schade, dann hätte ich ja wieder einen großen Teil dieses tollen Gewinns abgegeben. Dann braucht ihr so einen engen Stopp, vielleicht im Stunden-Chart, vielleicht auch im 4-Stunden-Chart. Da könnt ihr euch überlegen, wie eng und wie passend ihr dran sein wollt. Aber irgendwas so in dieser Größenordnung, also einen von diesen beiden, scheint mir einigermaßen adäquat zu sein. Also entweder die weite Variante, um das zu überleben, um drin zu bleiben, ein bisschen weniger Aktivismus zeigen zu müssen. Oder aber den relativ engen, um dann rauszufliegen und dann zu sagen, du, Rüdiger, ich mach doch gerade nochmal neu auf, denn wir steigen wieder. Also ganz gute Situation. Allerdings müsst ihr damit rechnen, das wird kommen, früher oder später. Im Moment sehe ich noch keine Anzeichen. Ich sehe allerdings, ähnlich wie gestern, ein neues Versuchsterrain. Also irgendwo da jetzt. Das heißt, diese Linien hier können wir theoretisch alle rausmachen. Die brauchen wir eigentlich so gar nicht mehr. Jetzt ist hier der nächste Contest. Sind die Bullen stärker als die Bären? Wie gesagt, aktuell sehe ich noch nicht, dass die Bären sich groß aus der Deckung wagen. Aber vom Wochenende kann natürlich sein, dass der eine oder andere nochmal sagt, weißt du was, ich nehme mal mit und gucke dann mal. Wäre übrigens auch ein starkes Zeichen, wenn das nicht stattfindet. Wenn die Marktteilnehmer sagen, ach, Geopolitik, ihr habt ja alle keine Ahnung. Ich bleibe drin übers Wochenende. Das Risiko sitze ich auf einer Pobacke aus. Dann, wenn die Leute nicht Gewinnmitnahmen gegen Ende des Tages noch machen, also 9 Uhr ist Handelsschluss in Amerika. Am Wochenende wird wieder umgestellt. Nächste Woche ist wieder alles in normalen Zeiten. Wenn die Gewinnmitnahmen ausbleiben, dann ist eine ganz klare Aussage, dass die Marktteilnehmer wirklich es ernst meinen mit Bullisch. Und das spricht dann für weitere Käufe und weiter Anstiege im weiteren Verlauf. Also ihr seht im Moment, A haben wir ja vom Tisch. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Keine Ahnung, warum der wieder da ist hier. B wäre noch denkbar, aber eigentlich hätte es für B gerne irgendwie wackelig hoch gemusst. Also so richtig so A, B, C hier, so hin und her. Im Moment würde ich fast sogar die C-Variante bevorzugen, wobei ich mir noch nicht so sicher bin, ob wir dann hier als Zielmarke oder später vielleicht sogar das bekommen. Aber solange gefeiert wird, müssen wir uns über den Kater noch keine Gedanken machen. Aktuell ist es die Aufwärtsrichtung, die zählt. Und die Versuchung, dass wir jetzt vielleicht wirklich bis zum Jahresende irgendwie noch die neue Hochs hier wieder machen, die ist relativ groß und killt letztlich nicht die Ideen, dass der Kurs später nochmal runterkommt. Aber aktuell, welche Anzeigen gibt es dafür? Na gut, gehen wir auf den S&P. Da ist es natürlich relativ ähnlich. Also ihr müsst das jetzt nicht hier auf jeden Einzelnen nochmal wieder neu argumentieren. Die Situation ist gleich, das Verhalten ist gleich. Denkt daran, irgendwie die Stops hinterher zu ziehen, einfach um am Geschehen dran zu bleiben. Ich finde hier vielleicht gar nicht so schlecht Parabolik im Vier-Stunden-Chart beispielsweise. Hat auch nicht so arg viel zu tun. Wer es enger will, kann natürlich für die Intraday-Freunde hier im Stunden-Chart jetzt irgendwie aktiv werden und sagen, ziehe ich dann halt hier auf diese Art und Weise hinterher. Denn auch hier gilt, dieser Rücksetzer wird kommen. Was wir nicht wissen ist, ob er jetzt sofort kommt oder ob er erst noch weiterklettert. Ja, das wissen wir nicht. Aber das Schicke ist, es gibt noch null Anzeichen. Also für mich noch keine Motivation jetzt hier auf die Short-Seite irgendwie zu gehen. Das heißt eher noch die Long-Seite. Ich gehe nochmal um 5 Minuten, 15, da können wir sogar um 5 Minuten-Chart mal gehen. Für alle Intraday-Kurzfrist-Händler. Ihr seht, die Abwärtsseite, das sieht nicht stark aus. Das sieht alles noch korrektiv aus. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es auch nochmal ein bisschen nach oben geht aktuell. Achtet nur drauf, wenn er jetzt natürlich weiter runterfällt, irgendwann die Gewinne mitnehmen. Denkt an diese roten Punkte. Das muss ja nicht ewig jetzt weiter klettern. Aber Druck nach unten ist nicht wirklich zu erkennen. Gucken wir zum Abschluss noch, nee, zum Abschluss der Amerikaner, den DAX, gucken wir uns auch noch an, auf den Nasdaq. Und er ahnte schon, gleiche Situation. Also da ist jetzt auch nicht wirklich was Außergewöhnliches. Hier könnte sich was als Dreh abzeichnen. Das ist eine Geschichte, die ich aber vor dem Wochenende vielleicht nicht mehr unbedingt ins Spiel bringen will. Nach dem Wochenende, mal gucken, ob das hier ein Anzeiger ist. Ihr seht, dass da häufig der Kurs wendet oder eben beschleunigt nochmal weitergeht. Also entweder hier, zack, und dann nochmal weiterläuft. Das ist so die Idee, die dazu steht. Müssen wir aber jetzt nicht vertiefen. Auch beim Nasdaq ist ja auch tapfer gelaufen. Die Oberseite hier so halbwegs, da sind wir jetzt ran. Also da gilt es jetzt. Also es ist nicht so von wegen Selbstläufer kann gar nicht mehr runtergehen. Gar nicht. Wir sind auch hier in der Nähe jetzt einer Widerstandsmarke. Und deshalb umso schöner, oder eines Widerstandsbereichs sozusagen, umso schöner jetzt zu sehen, ob die Marktteilnehmer diesen Köder der Bären annehmen oder ob sie sagen, ne, geht mich nichts an, gekauft wird. Achtet drauf, korrektive Rücksetzer, wackelig, dreiwellig, welche mit Überschneidung, sind klassischerweise die falsche Richtung. Und es müsste eigentlich nochmal Potenzial für weiter steigende Kurse dann anschließend geben. So, und DAX hatte ich versprochen. Der ist jetzt ja schon fast rum diese Woche. Deshalb weiß ich gar nicht, was ich zu dem viel noch sagen soll. Nichtsdestotrotz, toller Anstieg. Den hat er hier auch gemacht. Und auch hier kommen jetzt so langsam aber sicher die nächsten Widerstandsmarken hier ins Spiel. 15.360 so in etwa ist hier ein Bereich, wo das so langsam losgeht. Oder 355. Entschuldigung, als Widerstandsmarke. Argumentation quasi die gleiche. Man konnte es bei den Amerikanern ein bisschen erkennen beim Dow Jones. Hier hat man noch eher den Verdacht. Guckt mal hier, hier ging es erst hoch, einmal runter, zack. Jetzt müsste man eigentlich erst noch eine kleine Korrektur und dann das bekommen. Dieses Fünffällige. Das muss nicht so sein. Das muss auch nicht immer so deutlich zu sehen sein. Ist aber so häufig, dass ich das eigentlich ganz schick fände. Dow sieht auch so ein bisschen aus. Guckt es euch nochmal auf eigene Faust an. Das heißt, selbst ein kleiner Rücksetzer würde vielleicht sogar nochmal die fünfte hintendran. Danach erst die Korrektur und dann nach oben. Also ihr seht, ich bin übergeordnet. Das muss man immer wieder dazu sagen, weil es ist häufig verwirrend. Übergeordnet sind das alles bullische Anzeichen. Vorsichtig. Ich rechne damit, dass bald der Kurs mal nach unten bricht. Also nicht jetzt ganz da unten durchbricht. Das ist jetzt im Moment nicht das Thema. Das ist für mich noch nicht vom Tisch. Viele sagen immer, ja, aber du warst doch vor kurzem noch so negativ. Ja, aber was soll ich jetzt negativ sein, wenn die Leute das hier anbieten? Aber denkt da dran, das sah auch bullisch aus. Das Einzige, was der Markt nicht gemacht hat, ist korrektiv nach unten. Aber das sehen wir dann ja. Wenn der Kurs stark nach unten geht, weiß ich, ja, ist doch nichts mit dem Bullenmarkt. Wenn der Markt jetzt hier so runterkommt, weiß ich, ich habe mit Bullischen, habe ich euch nie erwähnt. Aber jetzt im Moment ist eben der letzte Move, ist eben aufwärts. Das heißt, Korrektivmuster sind halt bullische Anzeichen. Fällt er aber wie ein Stein, das ist die Alternative. Das ist nicht unmöglich. Das haben wir hier gesehen und gibt es tausend andere Beispiele dazu. Wenn er hier dann wie ein Stein fällt, dann ist nicht nur, ja, klar, wenn er fällt, dann fällt er. Dann fällt er aber auch wahrscheinlich irgendwann durch diese Marken und dann bleibt diese Zone nach wie vor gültig. Also die ist nicht vom Tisch. Die ist im Zweifelsfall selbst noch nicht mal nach so einem Umweg vom Tisch. Nur aktuell, in diesem Moment, ist das jetzt nicht das aktive Thema hier in der Geschichte. Wer diese großen Größenordnungen handeln mag, der darf sich von den kleinen Intermezzos hier im Laufe der Tage nicht in die Irre führen lassen. Der muss dann eben sagen, lass das mal liegen, gucken wir uns mal an. Also das ist noch deutlich möglich, dass wir noch mal tiefer gehen. Auch beim Dow hatte ich ja angedeutet beispielsweise, dass es dann noch mal tiefer geht. Aber vorläufig scheint der Bullenmarkt ganz gut dazustehen. Und zumindest in Amerika die Jahresendrallye recht realistisch. Rechnet aber mit diesem Zwischenrücksetzer. Aber ich wiederhole mich, ich glaube, ihr habt alle begriffen, was ich da meine. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein wunderschönes Wochenende bevorstehend habt. Vorher vielleicht noch ein bisschen was Schickes umsetzen könnt. So oder so euch aber eine gute Zeit. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Macht's gut.